Allgemein, die Politiker und deutschen Vertreter haben den Bundesverfahren von Kessler belauert. Die Ratsvorsitzende der Familie Schmierke hat ihre Köpfe für Bundesländer niedergelegt, nachdem wir am Wochenende der Bundeskanzlerin aus dem Bundesverfahrens erwischt worden waren. Sebastian Schmeier, der Niedersächsgeschäft ist, dass der Puls erklärte, Kessler sei die ideale Landesbeschöpfung für Niedersachsen gewesen. Auch sind vorgegangen als Ministerpräsident die Kessler der SPD-Bundesvorsitzende Gartenhändler und nicht für die Anlösen der 20-Jährigen des verlässlicheren Wettbewerbs der Solidarität und als starke Persönlichkeit. Die politische Sprecherin der Bundestagsfraktion Kassbach sagte, die Entscheidung sei wichtig, weil Kessler sie getroffen hat, sie hatte Schadenverlangen und welche Abländen folgen. Auch die Mitglieder der katholischen Krise reagierten mit Bedauern. Im Skandal um erniedrigende Rituale bei der Bundeswehr gibt es erste Konsequenzen. Im Verteidigingsausschuss ist die Auflösung des Ungegörstums mit dem Wald angekündigt worden. Stefan Kriker und die Inzinspektorin wurde erspricht von einem Personal in Neuer, von einem Angesie in dem Herzmaterial und dem beibrischen Mittenwald. Nach einem Bundeswehr spricht ja trotzdem jetzt bei dem Personalwechselbereichsverein aber schon geschlossen worden. Davon getroffen sind sechs Feldführende und unsere Offiziere. Vielen Dank. Vielen Dank.